Thomas Gottschalk lästert über die Playboy-Fotos von Desiree Nick. Desiree Nick, ältestes deutsches Playboy-Covergirl aller Zeiten im stolzen Alter von 67 Jahren ziert Desiree Nick den Playboy und ist damit das älteste deutsche Covergirl aller Zeiten. Sie war sichtlich stolz auf ihren Erfolg, wie sie gegenüber Bild verriet. Ich habe mich dazu entschlossen, um zu zeigen, dass Erotik zeitlos ist. Die Welt hat darauf gewartet. Und es ist mir eine Ehre, dass man mich überhaupt gefragt hat. Die Kabarettistin ist dabei nicht die Einzige, die begeistert von dem Shooting ist. Viele Promis sprachen ihre Begeisterung aus, darunter sogar Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Wer jedoch nicht so begeistert zu sein scheint, ist Thomas Gottschalk, 73. Im Podcast Die Supernasen, den er gemeinsam mit Mike Krüger, 71, betreibt, lästerten die beiden Männer mächtig über Desiree Nicks Shooting. Thomas Gottschalk. Ist das versteckte Kamera? Nein, das war Desiree Nick im Playboy. Ich schlage meine Lieblingszeitung, den Playboy, auf und sehe Desiree Nick, begann Mike Krüger. Und ich denke, Mike, was ist mit der Zeitung passiert? Ist das wahr? Ist das fake? Wollen die dich reinlegen? Ist das versteckte Kamera? Nein, das war Desiree Nick im Playboy. Hast du das auch gesehen? Thomas Gottschalk stieg mit ein. Habe ich nicht gesehen, weil ich lese das Heft ja nur wegen der Interviews. Auch wenn ich es kaufe, dann lese ich nur die Interviews und gucke mir keine nackten Frauen an. Aber Desiree Nick nackt zu sehen. Hast du einen schweren Schock? Mike Krüger bestätigte. Ich hatte einen schweren Schock. Autsch! Ganz schön fies. Ob von Lanik wohl noch eine Retourkutsche kommt? Schließlich ist die 67-Jährige für ihre spitze Zunge bekannt.